einen wunderschönen guten tag lieben herzlich willkommen zu einer neuen folge graveyard keeper okinas was habe ich viel rum geweint in den letzten folgen ja und zwar immer wieder wegen der schwarzen farbe und ich habe jetzt endlich ich habe jetzt den schluss gefasst habe einfach gegoogelt weil ich wahnsinnig geworden bin und ja es hatte mir schon mal irgend einer geschrieben dass ich mal in die sümpfe gehen soll da ist eine person und die anlockt letztendlich erst diesen tree für die alchemy ja und da gehe ich jetzt sind ich habe weiß ich glaube wo das ich habe es nur das wirklich herausgefunden und da wollte ich achte ich wollte ihn gar nicht ich wollte ihn gar nicht hier im tier mit der anlock dann quasi diesen diesen tree diesen tag tree den habe ich ja noch gar nicht deswegen war ich immer so hä wie soll das gehen wie ich habe doch kein alchemy ding und wo ist das denn wo kann ich es bauen gut es wird einiges erklären deswegen es ist so krass ich hätte nicht gedacht dieses spiel es ist ein alpha ne ja und das spiel kommt in einem monat in einem monat kommt es richtig raus 50 august glaube ich aber es ist so viel kram hier meine phrase habe ich hier was habe ich gerade in den taschen eigentlich ja kann ich das mitnehmen wenn ich was finde ja kann ich so und ich habe in letzter folge auch meinen town pass bekommen also das wird jetzt spannend wenn ich da irgendwie weiter komme in die stadt da war ich mich auch nicht aber erst mal muss ich jetzt hier gucken wo ich denn überhaupt weiterkomme wo ich hier noch nicht war und wo jene person sein kann weil ich habe keinen plan also gar keinen plan hier komme ich auch wieder nicht durch das ist vielleicht nervig hier mit dem sumpf die 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 gottes dieb hier weil es auf jeden fall dass das das schluck auf gras und da kann ich eigentlich jetzt habe ich mir angel zu hause gelassen so ein mist ist das gleiche wenn man angebraucht so ich gucke hier noch mal weiter ich habe keine ahnung ich komme wieder nach hause ich sag's euch nicht weiter und ich laufe so ungern im dunkeln umher ich hasse das dunkel mehr zu laufen ich hasse dunkelheit zumindest hier im spiel in der wirklichkeit geht das noch das finde ich ja nicht ganz so schlimm da mag ich jetzt gerne aber hier so ich muss mal das ganze krasse mit hier würde ich schon sagen die dinge und nein das wollte ich gar nicht weil ich falls ich den 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 typen noch mal in der stadt treffe es gibt ja so ein paar plus punkte so aber wo ist diese person und vor allem wenn ich hier noch mal hin musste ich finde ich nie wieder da 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 ist einfach mal ein haus da ist ein haus oh gott wie aufregend wie komme ich dahin ich komme niemals rüber ich würde so gehen zu dir aber hier ist alles voll geschnuddelt doch hier komme ich nein wie komme ich zu dir da hinten irgendwo rum ich muss andersrum da steht hier oben mit dem haus mit dem haus mit dem mit dem nirgendwo im nirgendwo im sumpf und hier durch nein kann ich nicht hier kann ich nicht nein aber ich kann da nicht durch wie komme ich hier vorbei hier rum doch hier sieht gut aus oh geil ich bin da hallo ich bin da äh äh guten tag go away forward spirit was i'm not a spirit i'm the keeper at the local graveyard are you sure you're real klar i think you might be clotho the witch from the swamp also ist das die hexe hier okay das ist das die hexe die verbrannt werden soll oh that would explain one of my theories in part come closer my sweet ja ich komme da heran do i do do i look more like a witch or fairy princess what do you think ist jetzt ich meine ist es egal was ich sage ist es ich so rein kommen wir sagen hier eine fairy princess great then you can you be my prince i'm not a prince anyway i need your help okay too bad for you i remember nothing i just woke up with this note in my hand in case if you lose your memory i'll just boil the card on the incense of b was moment und dann soll man trinken okay also wir sollen jetzt quasi do you see a cauldron lying around no neither do i so we have options you can either make me this potion it shouldn't be too hard okay also ich soll ich müssen einmal zum blacksmith okay und einen cauldron holen okay okay guck mal ach guck mal das hat jetzt geht's automatisch oh guck mal nice das war's schon das war's schon new for unlock a new technology and got blueprint alchemy workbench alchemy so kommt dann dann lass uns doch mal kann ich auch reingehen so eine test noch mal kurz angucken wo ist sie denn ich dachte wenn typ aber gut da kann ich nicht mehr angucken was jetzt genau was soll ich dir jetzt holen also entweder hier den kessel also beides muss ich machen ich muss hier jetzt also entweder hole ich hier direkt die potion oder den kessel okay na gut das kriegen wir hin auch geil jetzt wird es jetzt wird es nice jetzt wird das richtig nice jetzt wird es richtig deep hier der brickelt einfach weiter im hintergrund nee ich wollte gerade sagen was macht er denn so wo ist das denn hier da guck mal in storage unlock cool ist das nice und jetzt kann ich auch die ganzen sachen endlich machen blue church workbench ach so das geht okay das ist ja geil das war ja vorher alles nicht aber es geht dann bis dahin na gut dann machen wir das mal und ich habe gesehen ich brauche auf jeden fall bienen leute ich brauche bienen ich hätte nicht gedacht dass ich das brauchen würde aber wir brauchen bienen ich habe es gerade so viel zu tun ich gehirn platz gerade also müssen einmal herausfinden das ist schon mal priorität nummer eins dann müssen wir in die stadt also können in die stadt weil ich diesen town pass habe ich glaube ich kann damit in die stadt kein plan dann müssen wir dann müssen wir das hier mal mitnehmen glaube ich binen alchemie dinge komme ich hier durch nein natürlich nicht ach ja kann ich hier so hoch hoffentlich super nice ich bin gerade super happy dass es jetzt so geklappt hat aber ich komme nicht weiter wo ich gerade stehe also hier komme ich nicht durch glaube ich und dann kann ich hier so mich so lange schmulen also schmulen kann man schon mal hier gar nicht hier wird nichts hier kann man sich nirgendwo lang schmulen nicht durchglitschen gar nichts das war immer so schön bei ww früher als man noch nicht fliegen konnte in den alten welten könnte man sich überall durchglitschen hat sachen versucht anzugucken und hat sich gefreut wenn man eine stelle gefunden hat wo wo noch nicht richtig programmiert wurde oder war einfach ein schwarzes loch war aus gründen ach man war man war so einfach gestrickt so aber wie komme ich mir aber zu laufen ich möchte jetzt so ein wäre das pokémon hätte ich jetzt ein fluchtsaal benutzt aber das haben wir nicht hat ich bin wieder hier ich weiß jetzt nicht mehr genau so ich weiß nicht mehr genau aber ich weiß hat ich bin ich schon mal richtig weil ich bin ich ja von da bin ich gekommen und merkt dann da kann ich nicht weiter wir mal hier so runter ah die sümpfe wer lebt denn gerne in sümpfen wobei ich es irgendwie cool finde so ist auf jeden fall ganz schön ist es auf jeden fall ich meine hier ja es ist auch nett hier irgendwie die angel das nächste mitnehmen merke ich kann ich ja echt nicht ist es ist nicht euer ernst es ist nicht euer ernst und deshalb da so sterben menschen ja aggression aggression am rechner so la 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 ich habe es geschafft ich bin so gut ich hätte einfach drüber springen können aber hey nein es geht nicht es ist wie bei der unendlichen geschichte und dann dann liegt hier im mein pferd versinkt dann im im schlammloch was war so schlimm damals das war eine schlimmste sene ever das war also wie heißt das pferd denn noch wie hieß denn das pferd noch von der unendlichen geschichte von atreju es kommt mir nicht es fällt mir nicht mein artax artax irgend sowas ach war das schlimm das war eine schlimme sene und immer wenn das kommt das muss man einfach vorspulen das darf man nicht angucken wo komme ich denn hier raus was ist hier los scoobgeg benutzt flucht sei nichts geschieht komm ich hier durch nein nein gott sei muss ich hier nicht noch mal her also erst oh nein die neue leiche ich habe es geschafft ich bin so gut ich bin so ein kluger mensch mir kann keines was erreichen la 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 ich war nie im sumpf ich bin nie dort gewesen und wir müssen noch nebenbei bemerkt habe ich dieses scheiß grab hier was nicht mehr weg geht dass ich es zum kotzen finde ne wir haben hier noch ein punkt muss ich noch machen für das nächste mal was ist das denn noch wir können uns doch einfach ein kerz ständer bauen richtig den könnten wir ersetzen ne eine bank brauchen wir jetzt einfach nur eine bank acht nägel acht wurden planks die bauen wir jetzt auf jeden fall noch wird die zeit hier vergeht krass oder ist schwierig gleich messe eigentlich habe ich fast jede folge eine beste meine güte die idee die 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 ich kümmer dich gleich um dich gleich zum tm ich muss hier kurz etwas anderes erledigen lägen negel habe kein eisen verdammt eisen ich brauche eisen äh, da mach, so wo kann ich ein Alchemie-Table machen? hier ach, ich kann ja das Sword noch machen das Sword, das Sword machen ich möchte mich schlagen dafür, dass ich das gerade Sword gesagt habe so ach ja, ich erinnere mich, ich habe mein mein, 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 äh, Dings verloren ich habe irgendwie mein, äh, mein, mein Ding verloren wie heißt denn das? mein, äh, Whetstone ich kann nichts mehr abwetzen hier Katastrophe so, ja, danke übrigens für den Tipp ich schlafe nachts natürlich besser als am Tage also ich habe mich immer gefragt, warum ich nachts, äh, oder warum ich allgemein manchmal weniger Energie verbrauche oder regeneriere und manchmal mehr das liegt sicher an der Tageszeit, hätte ich nicht gedacht ich habe doch hier noch, da habe ich, ne, brauche noch einen zweiten bomb, bomb, bomb oder habe ich noch einen? war hier noch ein Baumstumpf? Habe ich nicht gesehen plupp so so, wir brauchen, äh Moment, der machte mir direkt daraus Bodenplank aber, hä? wie viel macht der denn daraus? jetzt bin ich ja gespannt muss ich, ich dachte, muss ich immer da unten machen aha na, dann machen wir das halt direkt so finde ich gut so, damit haben wir dann, äh, genug Planks neun, genau, dann brauche ich noch acht Nägel in diesem Fall brauche ich noch sieben nur äh, äh so aber hier das Alchemie-Labor ist wahrscheinlich unten in der Kirche drin, nehme ich mal an nehme ich mal ganz stark an da, 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 da ich will, ich glaube, ob ich noch kurz penne einmal macht wahrscheinlich Sinn einmal kurz abschlummern ha na komm, wach auf wach auf, mach schneller so es muss aber auch reichen hier komm ich meine, ja es ist dunkel, hell, dunkel aber ich meine, deswegen kann ich ja trotzdem gut schlafen wenn ich müde bin na gut, keiner weiß es habe ich hier echt nirgendwo meinen Whetstone gelassen? nein, habe ich nicht unbelievable na gut ist er weg ja, gib mir mehr Asche Asche auf mein Haupt ich brauche aber das Eisen da unten äh das Eisen, was da unten liegt und ich komme nicht ran leck mich doch fett was ist denn hier los? gib mir das Eisen danke ich muss Nägel machen ich muss Nägel mit Köppen machen so Nägel zick, 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 zick frische Nägel reicht nicht ich brauche mehr ich brauche mehr Eisen Na gut, ist ja noch früh am Tage. Alles cool, alles cool, alles cool. Dann kümmere ich mich mal ganz kurz um das Holz hier vorne noch. Was hier rum lag. Warte noch, also das Eisen. Wir müssen das Eisen schmiesen, solange es heiß ist. Ihr wisst schon. So. So. Ja, die Frage ist ja trotzdem, ähm, ich kann, schade, ich kann keiner mehr machen. Die Frage ist ja trotzdem, wieso bin ich schon früher zur Hexe gegangen? Fragen über Fragen. Kann ich hier unten irgendwas machen? Nein, ich kann hier auch eine Kiste machen. Ich muss auch diesen Typen da die Münzen ins Gesicht werfen. Ich hab auch so viel zu tun. So viel zu tun, so wenig Zeit. So ist es Sonntag. Was macht man Eisen? Wie lange braucht das denn eigentlich? Ich hab doch nur begrenzt Zeit, Kollegen. Ihr Lieben. Hälfte. Ach Gott. Dann schmeiß ich noch die Leiche da unten weg. Achso, das muss ich auch noch. Warte mal, das muss ich auch noch. Was ist das denn hier? Zwei Steine und Simpline. Und ein paar, so kann ich die direkt mal reinwerfen und dann landen die immer direkt im Keller. Find ich gut. Ich hab grad keine Zeit für Leichen. Sorry, ihr müsst jetzt erstmal weg. Mein Friedhof ist grad so hübsch mit 30 Punkten. Dafür hab ich jetzt grad keinen Nerv mehr. Ob die irgendwo angeschwemmt werden und haben wir da so einen riesigen Haufen voll mit, äh... voll mit Leichen? Keiner weiß es. Das nervt mich so, dass ich da nicht drankomme, ne? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich hab gedacht, ich versetze die extra, aber nein, das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler. Könnte ich vielleicht irgendwas... Obwohl, das bringt jetzt auch nichts mehr. Das mach ich mal gucken, ob ich das grad einfach wegmachen kann. Aber merke, nie wieder so machen. Nie wieder. So, und jetzt bitte, werd fertig. Werd fertig, kleines Eisen. Ich muss doch da meine Messe halten. Danke. Ist dieser Baum schon wieder da? Oh, ach, diese Asche. Diese Asche. So. Eisen. So, Nägel. Frische Nägel. Zack, 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 zack. Ah, sehr gut. So, und jetzt können wir nämlich hier das fertig machen nochmal. Das kann laufen. Jetzt gehen wir zur Kirche und werden eiskalt die Bank dahin stellen. Da ist schon der der Bischof. Hallo, Mr. Bishop. Hallo, guten Morgen. Ich muss kurz das Ding hier hinstellen. Bin gleich da. Bin gleich für sie da. Oh, hier. Kann ich wieder hart upprayen. Kann ich nie mitnehmen, schade. Ähm, so. So, Church Bench. Yeah. 20. Sehr schön. Ach, kein Platz frei. Na gut. Äh. So, draußen habe ich auch genug Punkte. Ja, es ist gut. So will ich das. So rollen wir. So. Boah, ist schon wieder alles durcheinander. Überall sind schon wieder die Kisten völlig aus dem Fugen geraten. So. Graveyard sieht super aus. Yes, yes. Und. Yes, I'm no longer even disgusted to be here. Oh, no, 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 no. So gut, ey. No, just maintain. Ja, habe ich doch schon hier. Guck mal, die Church ist super geil. Shining bright. Ja, unsere Church scheint richtig bright. It's nothing compared to the town cathedral. But for a church, it isn't half bad. Oh. Ach so, jetzt muss ich eben noch den Fisch geben. Na, den habe ich jetzt nicht dabei. Das ist natürlich schlecht. Was können wir hier? Können wir hier so ein bisschen... Hier, Kommunion-Cookies. Aha. Ein Silber für so eine Kerze. Bist du bereit? Da mache ich auch lieber jetzt die krasse Messe. Kluck. So. Erstmal, erst mal Messe halten, so. Ja, hier kommt. Kommt in Scharen. Aber es ist cool, wenn ich jetzt den Fisch gebe. Muss jetzt mal wirklich mal angeln gehen. Ich glaube, das mache ich wirklich im Sumpf dann. Weil bei diesem anderen Wasserfall, das hat mich so aufgeregt. Es war so... Es war so laut und bla. Nee. Ja, gib mir. Gib mir mehr. Mehr. Ich weiß immer nicht, was ich eigentlich genau gemacht habe. Aber ich finde es schön. Oh, gar nicht mal so viel, wie ihr gedacht. Da, da kommt noch eine. Ja. Hätte aber auch mehr sein können. Oh, jetzt geben sie echt nur 16. Die sind so knauserig, ne? Die sind so knauserig. Da halte ich so eine brillante Messe an dieser wunderschönen Kirche. Das ist dir nicht genug. Das ist dir nicht genug. Gib das her hier. Gib mir mein Geld. Na gut. Lass uns mal runtergehen hier. Ich wollte wegen dem Alchemie-Table gucken. So. Da. Handmixer. Check. Kann ich nicht. Workbench. Also, wir brauchen sechs... Leck mich am Arsch. Komplex-Glass-Cones. Okay. Drei Iron-Parts. Sechs... Oh, das brauche ich auch noch. Die Mühle hier. Okay. Also, erst mal... Den Study-Table. Also, sechs davon. Iron-Parts. Simple, ne? Ach, nee. Das hier. Das hier. Komplexe. Und drei Glass-Cones. Okay. Äh, zwei. Sechs. Drei. Zwo. Na gut. Aber das brauchen wir. Wir brauchen es. Wir brauchen es. So. Ich glaube, in der Stadt war auch noch irgendwo so ein Angelspot, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwo lag da auch was rum. So. Ähm. Da ist noch ein Baum. Zick. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist günstiger, wenn ich erst das Flitsch mache, ne? Die Flitsches aus den Dingern. Ähm. Ähm. Lass mich mal kurz gucken. Also, erst mal. Äh. Äh. Da wurde ein Plank aus einem Flitsch. Genau. Und aus einem. Aus einem Ding mache ich wie viele Flitschies? Wie kommt denn da raus? Du musst ja einfach kurz checken. Wenn es drei sind, ist es Latte. Ne, sechs. Okay. Mit dir. Dann mache ich das lieber so rum. Ja, es dauert dann länger. Aber dann spare ich ein paar. Ach. Jetzt muss ich wieder hier runter, ne? Ich. Ah. So. Zack. Eins. Zwei. Also, wir müssen eigentlich alle machen. Ja, aber wo konnte ich denn noch die Glasdinger machen? War das unten an dem... Das war unten in der Kirche, ne? Hier konnte ich das gar nicht machen. Oder habe ich es gerade einfach übersehen? Warte mal, hier sind nur die Sachen. Yes. Hier mache ich das nicht. So. Das ist ja einfach kurz alles abchecken. Und vielleicht peinle ich das hier wieder. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch, mich Pappenheimer. Das ist meine Kiste. So, hier mache ich nur die Keramic Bowls. Logisch mache ich auch gar nichts. Die crafte ich nur ein bisschen Holz. Das kann ich eigentlich auch mal abreißen. Beziehungsweise, die könnte ich abreißen. So. Simple Iron Parts. Da brauchen wir noch so viel... So viel Eisen. Boah. Ja. Mein Ding ist weg. Jetzt muss ich mal nochmal neu irgendwie holen. Hm. Ah, hier sind ja auch alle connected, sehe ich gerade. Tja. Da ist das nur drin. So. So. Hätte ich es auch unten in der Kirche machen müssen. Ach so, ich muss ja noch schlafen. Ich muss erst mal schlafen, Leute. Ich glaube, wir machen auch in der nächsten Folge. Nichts geschafft und doch viel geschafft. Ah. Cool, Lieben. Ich würde sagen, ich gehe schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Lasst gerne ein Abo da und natürlich auch ein Like. Ja, es würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.